das game wieder sind auf seiner insel er ekt das game da steht sogar noch mal extra willkommen in meine heimat leute das gibt eine einfach durch best friend is ready and watches from the shore please do something i have one piece of advice the way of bubba he placed tricks on the space oh ich darf anfangen ich darf anfangen ja ich bin die schütze ich habe die neuen ja und damit herzlich kommen zu einem neuen mario party part werde ich wieder komplett rasieren oder ja weil du alle fertig gemacht hast du hast alle einfach beraubt wobei shining hat mich ja komplett ausgeraubt bis aufs letzte hemd im wahrsten Sinne des worts ich weiß nicht wovon du redest ach ich rede ja nur von den zwei sternen die mir geraubt hast ich gucke gerade ich habe glaube ich den falschen filter an nee war tatsächlich so richtig ok dann let's go wer kriegt die meisten sterne werden die blöcke wieder für mich oder gegen mich sein jetzt direkt am anfang der allererste wurf ist der teleport block oh nee bitte nicht ich will geld nee das ist ein normalen block das ist ein bild ja der kriegt einfach noch mal ein extrafeld ja ich krieg ne extra ein ich will wissen wer ist du schummelst hier doch gerade wo muss ich lang ok da ist der stern kann ich hier in beide richtungen abbiegen gesagt zumindest kein pfeil dass ich irgendwo speziell hin muss ne aber wahrscheinlich muss ich im vom voll bezahlen naja was fein vor allem shining bezeichnet mich einfach direkt schon wieder als schummler dabei schummelt er sich die zähne hier rein ich weiß nicht ob das gerade ein vorteil ist in der ersten runde ich geh glaube ich trotzdem oben lang auch wenn da bosefeld in der richtung ist der ist einer meiner brüder das kann nur gut sein ihr seid beide blöde reptilien strunzdumm die dummheit ist dass wir mario immer auf uns reiten lassen und luigi da hast du recht wir sollten ja einfach abwerfen und selber in die klippen werfen so wo ist denn diese kleinen hosen matze haben wir auch noch groß gezogen ähm ich auch vor allem für den dude der gerade gesagt hat wo ist der stern nachdem shining gesagt hat dass er rechts ist ich habe wirklich vorher nachgeguckt ok ich habe fünf minuten mit der karte geguckt wo der drecks stern ist er kriegt erstmal einen slow block aber er kriegt ein einzespielerspiel ich kann cash fahren jetzt saunt er einfach ab ich grab mir gleich einfach den stern und fertig das spiel kenne ich sogar da musst du einfach nur den richtigen kubach raussuchen egal wie du ihn berührst du musst nur den richtigen treffen dann kriegst du 10 münzen also let's go let's go mario es ist der unten der unten unten ist immer richtig leute wir müssen einfach alle anderen verschiedene richtungen sagen dann verwirren wir ihn unten 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 Ich weiß nicht, dass Kyle nur direkt das Glück hat und den Slowblock direkt von Anfang an bekommen. Jetzt erst den Slowblock und nochmal fünf Münzen verlieren. Ja, weil du mir nicht vertraut hast. Ja, wieso seid ihr auch? Ich hab ihn ja auch versucht zu verwirren. Der schmeißt jetzt die ganze Zeit Münzen runter. Sonny ist sein Job vorzulesen. Tja, dass du die Konzert, dass der Hammer-Broke-Froze-Froze-Froze-Froze-Froze-Froze-Froze-Froze-Froze. Da war noch was, if you're a hit by a hammer. If you're a hit by a hammer, you may get knocked off, so be careful. Ich meine, wenn du runterfällt, verlierst du Münzen. Also, ihr wollt nicht runterfallen. Das heißt, wir schützen Schengen jetzt einfach mal an die Wand runter. Wenn du die Internetleitung zur Zeit in Deutschland ist ja Gold wert, ne? Wenn du runterfällt, bist du einfach raus. Du verlierst keine Münzen, du bist einfach raus. Hä, war das nicht vorhin noch einer mehr? Wo es war? Ja, ich bin wegen Lack runtergeslidet. Nein, ich hab nen Hammer bekommen. Ich auch. Ich bin wegen dem Lack einfach runtergeslidet. Hättet ihr auch so Geldgeil? Ich würd hier gerne mal an eine Münze rankommen. Wir stehen da jedes Mal im Weg. Jaaaa! Ich steh'n nicht irgendwoher. Ich konnte gar nichts erreichen, weil ich wegen den Lacks direkt einfach runtergerutscht bin. Achja. Ich hab mich nicht bewegt und dann war ich unten. 23 Münzen! Okay, ich glaube wir müssen jemanden verprügeln. Ja. Und der sagt vorher noch, er hat das Spiel nicht gewirkt. Gerni ist klar, ja. Definitiv gewirkt. Boah, es fängt genauso an, wie ich das letzte Mal aufgehört hab. Sag doch was zu denen. Du hast definitiv gewirkt. Guck, ich krieg die kleinen Zahlen und du kriegst einfach straight up eine 10 und dann nochmal 26 Münzen. Straight up gewirkt. Ich wollt grad sagen, danke nur, aber wenigstens sie ist auf meiner Seite. Guck, schon wieder eine 10. Ja, aber ich kann hier nicht nach rechts, ich hab das oben nicht gesehen. Das Game ist trotzdem für dich gewirkt. Äh, äh, Sunny? Hm? Wir kommen beide Barbosa vorbei. Oh no. Ich wusste halt nicht, dass ich da nicht nach rechts kann. Ich hab da nicht geguckt. Möge euch einfach eure Münzen abbrauen. Warum mir? Ich hab nichts getan. Möge er Shining's Münzen klauen, weil er das Game wieder gewirkt hat. Geil, setzt die nächste Hunde aus. Ich spiel nicht mehr weiter. Es fängt gut an. Ja, weil du das Game wieder gewirkt hast, fängt es gut für dich an. Zwei Runden gespielt und der, der die letzte Runde gewonnen hat, kriegt nur auf die Schnauze. Ja, unser Job ist einfach, in den Platz hinzubringen. Ah, Pull-up. Okay, einfach abwechselnd. Einfach abwechselnd. Einfach abwechselnd. Hin. Oh Gott, das sieht so falsch aus. Das sieht so mega falsch aus, vor allem wenn du bedenkst, dass die Pumpe hinten bei ihm drin ist. Ja. Aber das Honey, wenn es wie bei den vorherigen Maps ist, werden wir jetzt 20 Münzen verlieren. Ach, ne. Was passiert hier? Ja, du bezahlst ihm Geld, dass man da durch kann. Und je mehr wir ihm zahlen, desto teurer wird er. Ja. Um Gottes Willen, man kann ihm bis auf 50. Willst du wirklich dein ganzes Geldchen geben? Nö. Man könnte so dreckig spielen und den einfach direkt von Anfang an noch 20 hochpushen. Ja. Du könntest ihn direkt auf 50 hochpushen, Junge. Ich sag besser nix. Nichts mehr. Jetzt nicht mehr. Ja, der kriegt jetzt garantiert einen Stern geschenkt, einfach. Also ich hab den Bowser-Stern. Das ist ein mythisches Item, ein Bowser-Schub. Du kannst das benutzen. Wofür? Aua. Was ist passiert, Bro? Es muss sein, der eine Größe. Hast du einen Fetter? Jetzt beleidigt er mich auch noch. Ach so, 30 Münzen? Okay. Was verdient? Was verdient? Was verdient? Du hast dir erstmal... Trends hat sich mit Münzen geregt. Natürlich ist es dann verdient. Er ist halt immer noch genug. Bubba? Bubba, das ist Bubba. Okay. Hallo? Ciao. Warum? Komm! Ach so, Mann, die beiden haben die Plätschen... Wo ist er jetzt? Hab ich gerade Akaia aus Versehen getrollt? Ja, hast du. Der ist jetzt hier drüben! Komm, gib mir Münzen! Gib mir Münzen! Gib mir stuff! Komm, erst das mittlere, bitte! So, wer darf Münzen abdrücken? Ich hasse dich! An mich! Ja! Ja! Nein! Bitteschön, Akaia! Ja, die Münzen werde ich aber eh bei Bowser wieder füllen. Was weiß ich? Wir haben scheinigen komplett alles abgezogen. Ja, finde ich gut! Ich auch! Ja, ich verliere aber eh wieder eine Tonne jetzt an... Ich kann eh nicht... Also... Einfach nur traue ich hier. Das ist ein grauer Spiel. Wird sagen, verdient? Nichts verdient. Ah, SilentSass schon wieder! Ich erinnere nur an die letzten Runden, wo ich komplett von dir fertig gemacht wurde. Die waren alle fair! Nichts fair! Du hast mich komplett fertig gemacht. So, wir müssen nur darauf warten, dass einer schläft. Ah! Ich hab geschlafen! Okay! Ciao! Ich guck mir die Landen da hinten an! Jetzt mach Fehler! Nein! Komm zu mir, Tani! Komm zu mir! Ich will dich zu nehmen! Kann ich jetzt zurückkommen? Und der nächste geht's schwimmen! Hä, der hat B gezeigt und ich hab... Der hat gebetet! Der hat gebetet! Der hat B gezeigt und dann wieder geändert. Das macht er gerne mal später! Der hat gar nichts geändert gehabt! Der hat gar nichts geändert gehabt! Du warst einfach nur zu langsam! Ich spiel wieder den Shining Simulator mit null Münzen! Aber schön, wenigstens kann er den Stern nicht holen! Habe ich mir wenigstens im Vorfeld schon gerecht! Jetzt darfst du Münzen abdrücken! Und zwar alle 30, die du mir abgezogen hast! Ich hab dir gar nichts gesagt! Moment! Entschuldigung! Ich kann nicht mal anders als zum Bruder! Oh Gott! Oh Gott! Ich hab n... Ey, ich seh so! Ich hab nix zu verlieren! Der schenkt dir sogar noch 20! Das ist definitiv gerechtes Spiel, ey! Du kannst nicht sagen, dass es nicht gerecht ist! Das ist Gerechtigkeit! Ich kann mir den Stern nicht mal leisten! Das ist das Problem! Dafür habe ich ihn dir rübergebracht! Aber entscheidend kann ich dich nicht holen! Das ist doch ein größeres Problem! Nee, irgendeiner von euch aktiviert Buba und dann... Und dann habe ich ihn nicht! Bitte! Komm schon! Ich wusste nicht mal, dass es irgendwie so einen Fisch gibt, der Buba heißt, ne? Das wusste ich nicht! Ich war auch nicht! War wohl in den ganz alten Spielen! Oh nein! Obwohl, warten wir jetzt nicht! Ja, wir dürfen Yoshi treten! Sind die 1 gegen 3 Spiele nicht eigentlich die, die geriggt sind? Paddel Battle! Was ist das denn? Der kriegt einfach noch mehr Münzen jetzt! Wir paddeln den jetzt einfach plack! Wir müssen dich einfach wegpaddeln! Das, wo ich letztes Mal gegen euch war! Wie ging das nochmal... Einfach nur mutieren zum Paddeln! Einfach nur mutieren zum Paddeln! Scheiger hier zum Piksen kommt! Genau, das hatten wir ja schon mal gemacht! Also einfach so schnell drehen wie möglich! Hey! Junge, das ist gewickt! Ich dreh so schnell wie geht! Ich auch! Ich dreh gerade einen Wind-Controller mit Lichtgeschönlichkeit! Ich weg deine Münzen! Ich weg deine Münzen! Ich weg deine Münzen! Ich weg deine Münzen! Alter! Junge, es kann nicht sein! Das ist gewickt, das Spiel! Ich hab hier komplett fertig gemacht! Und wir schaffen Shining nicht rüber zu drücken! Alter, was soll das? Meine Hand ist schon rot! Das ist gewickt! Das ist gewickt! Oh, ne! Meine Hand ist... Das... Das ist wirklich jetzt... Das ist jetzt so unfair! Das ist jetzt offiziell wirklich der Beweis, dass es gewickt ist! Ja, einfach alle zwei Münzen! Gebt mir meine Münzen zurück! Ich glaube, einen noch besseren Beweis dafür, dass es gewickt ist, brauchen wir nicht! Brauchen wir auch nicht! Das war jetzt unfair! Weil beim letzten Mal, als ich gegen euch war bei dem Spiel, Hier habt ihr mich komplett fertig gemacht und jetzt macht er uns fertig! Ich glaube, ich hab's einfach raus mit dem Controller rotieren lassen! Junge, ich habe den Controller fast zerbrochen! Ja, komm, hier, nimm mal 50 Münzen von mir! Hast du ganz fetter? Für solche Momente liebe ich Mario Party einfach! Es gibt immer was zum Lachen! Das ist halt einfach gewickt, das Game! Es sind immer drei... Oh nein! Jetzt ist einfach kostenlos! Ja, von wem bloß! Hau ab! Hau ab! Wow! Wow! Das finde ich fair! Das ist klein! Nein! Mir hat Boohoo letztens alle meine Münzen geklaut! Ey, jetzt ist Bowser wieder hier drüben! Mir klaut Boohoo alle Münzen und Shining klaut Boohoo gerade mal vier Münzen! Das war das andere Spiel! Wo der so viel geklaut hat! Trotzdem hat er auch in diesem Spiel mir schon über viel geklaut, aber anderen klaut er gar nichts bei mir! Kann irgendwer Boohoo aktivieren, bitte? Nein! Nein! Hat die Klappe! Kai! Bitte! Ja, bitte tausch mit mir! Danke! Ich kann aber jetzt nach rechts! Ach kacke! Ich danke dir! Ich danke dir! Weitere rechtes Tausch, ihr Bubba! Ich liebe dieses Spiel, ne? Könnt ihr bitte keine Hintergrundmusik abmachen, ich muss das sonst zensieren! Wieso macht mein Headset sowas? Einmal ein und wieder ausstecken? Sani, du musst schon losfahren! Hä? Ich bruchte ihn einfach von der Strecke! Hä? Sani ist von der Strecke gefahren? Wie geht das? Ich bin durch dich durchgefahren! Ich hab mich einfach von der Strecke geschockt! Also da such mich rein! Das ist irgendwie cool! Einfach ruhig und beständig fahren! Wie im Straßenverkehr! Easy! Ich wusste nicht, dass man die anderen von der Strecke kicken kann! Anscheinend geht das! Ich hätt's jetzt auch noch lustig gefunden, hättest du deswegen Münzen verloren, ne? Alter! Weil das hätt ich bei diesem Spiel sogar für logisch gehalten! Wenn man irgendjemanden wegdrehte, dass man dann Münzen abgeben muss! Ey, das schön ist durch Bubba! Ach, schade! Grünes Feld, grünes Feld, grünes Feld! Will ich aber! Ich will mal so sagen! Wenn er jetzt grünes Feld aktiviert, hätte er das für mich nicht wirklich einen großen Unterschied gemacht! Ich hätte einfach die andere Richtung genommen! Nochmal Würfel! Nochmal Würfel! Ja! Warum willst du dich nochmal Würfel? Dass du bei mir drüben das grüne Feld triffst! Ne! Ne! Damit du an dem Scheinsteil vorbei bist! Damit wir endlich aufs grüne Feld können! Ich glaub bei euch da oben ist kein grünes! Ja! Münzen abgeben! Da ist ein grünes Feld, Frau Sunny! Äh, das Ausrufezeichen ist kein grünes Feld! Ja! Da ist ein Fragezeichen! Nein! Das ist ein Aufrufezeichen! Doch! Ein paar Blöcke! Zwei Blöcke weiter oder so ist noch ein Fragezeichen! Bitte nicht Hotbomb! Keep away! Wir hätten dir den Bob-Obs so zugeschoben! Definitiv! Okay! Einmal nur den Schlüssel durchbringen! Das hatten wir schonmal! Sunny, gib ihn nicht wieder an die Stacheldinger! Du hast ihn! Das hat beim letzten Mal nicht funktioniert! Warum hab ich denn immer? Weiß ich nicht! Wenn du der starke Affe bist! Da steht keiner von uns! Hier! Hier! Ich steh frei! Geh weg da! Ich wollte aber! Nö! Du darfst nicht! Oh! So viele Münzen! Münzen! Ich bin eh einfach eingefügt, ne? Münzen und Block PNG einfach eingefügt! Ach! Alle zehn Münzen! Guck mal! Da sind doch Pferden! Jeder kriegt zehn Münzen! Nee! Wie fair wäre es, wenn alle außer Tier zehn Münzen kriegen würden! Hallo? Du hättest nicht mehr welche verdient! Du hättest mehr dafür gesorgt, was zu verlieren, wenn du da oben die Tür blockierst! Ich werde eh wieder alle meine Münzen verlieren! Warum sind hier alle gegen mich? Weil du es verdient hast! Ja, mach halt! Ich hoffe aus sieben Zeit über ihm jetzt schon ein Stern! Hallo Akaya! Vier Felder vor ihm, bitte! Nee, du würfelt jetzt ne Vier! Ich hab hier... Vier! Wie? Kein Würfel, ne 8! Nein! Diese Sequenz finde ich aber auch schön, ne? Würfel jetzt einfach irgendwas, was höher ist als ne 8 und fertig ist. Würfel ne 8, dann kann ich mir den Stern holen. Hauptsache Shining kriegt die nicht. Sie haben Plätze gewechselt. Danke. Sunny kriegt den Stern, wenn jetzt keiner was macht, ne? Wer ist denn hier denn du hier bekommst? Ey, komm, bitte zwingt Tanja zu München abzugeben. Bitte zwingt Tanja zu München abzugeben. München. München tauschen? Wie hast du Kai? Weniger. Er hat, glaube ich, nur, ne. Du hast ihm sogar welche abgegeben. Nein, Kai! Ja! Wieso schenkst du die Münzen? Danke für den Tausch, Kai. Jetzt kann ich in der Minute, wenn ich spiele, gewinne gleich die Kostenbezahlung rum auf die andere Insel zu kommen. Kai spielt gegen uns. Nein, Kai spielt nur gegen dich. Ich spiele gegen dich. Warum spielt ihr alle gegen mich? Weil du das Game direkt hast. Könnt mir doch den Weg durch. Ich hab noch nie gewonnen. Du hast uns gelogen. Du hast uns gelogen. Deswegen sind alle gegen dich. So, Münzen. Boah, die Störung ist gerade bei mir einfach nur schlecht. Warum lassen wir Yoshi eigentlich hier die ganzen Münzen holen? Wir hätten ja wieder die meisten, weil das Game direkt ist zu seinen Gunsten. Ah, das bezweifle ich. Was? Ich hatte zweimal so einen guten Block. Ah, ja. Ich hatte zweimal den guten. Online-Party beenden. Das ist so gerögt. Das macht doch keinen Sinn. Hallo? Ich spiele das Spiel. Ihr spielt es genauso wie ihr. Ich schwöre. Ja, er darf lächeln. Er darf lächeln. Du auch. Nö, Sunny holt jetzt gleich den Stern. Ich glaube, dass sie nicht da durch den Platz tauschen. Danke, weißt. Vakaya. Oh, das wäre so ein Bombing-Ding wahrscheinlich. Ich fände so gut. Das werde ich nett finden. Du wolltest ihn aber auch nur so ganz knapp kriegen, ne? Ja, ja, klar, klar. Du musst das. Je knapper, desto besser. Oh, ist playing safe. Also, entweder tauscht er jetzt Platz von der Kai, oder er bleibt hier und Kai kriegt ihn. Nee, der bleibt. Wow. Dann kriegt Kai ihn. Kai kriegt ne 3. Verdammt. Nee, dann krieg ich auch einen Stern. Aber auch so ganz knapp. Töne ich. Hallo Kai. Na, was? Na, wie geht's? Na? Ich finde das gar so gut. Glaube ich dir. Ich auch. Ich würde einfach noch ne 1. Ich zöger's noch mal hinaus. Musical Mushroom? Oh, Treasure. Okay. Einfach nur darauf achten, wo ein Pfeil auftaucht. Das hatten wir schon mal. Ah, okay, das ist gut. Einfach auf Pfeil achten. Ich bin eine Echse. Ich weiß, wie man dreht. Oh, da ist ein Pfeil, der nach links zeigt. Irgendwo hier. Ja. Wir müssen alle in diesen Stein rein stressen. Ja, definitiv in der Richtung. Donkey Kong ist blind! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Oh mein Gott, ich hab das denn wirklich nicht gesehen. Ich bin einfach einmal außen rum, weil ich nicht halt hier vorbeigekommen bin. Tja, Donkey Kong war halt zu fett. Dieser dinke fette Affe! Donkey Kong war so fett, dass er die Küste bedeckt hat. Das war wirklich so. Wenigstens, du musst den Münzen abgeben und der kommt nicht zum... Der kommt nicht mehr so weit. Ich konnte es noch ne Runde hinauszögern. Gut, dass du nicht genug Münzen hast. Ja, das denk ich auch grad. Die von Vario und da haben wir mit. Der verdient jetzt eh 30. Ja, und dann hat er gar keine mehr. Ja, bei den zwei Münzen, die ich bekommen habe. Ey, der Boku. Echte Enttäuschung. Tja, jetzt hole ich mir den Stern. Das ist Bopping. Deswegen hab ich's einfach noch mal hinausgezogen. Ich weiß, wie der Part heißt. Ich weiß es jetzt schon. Das ist nur die Rache für die gewickten Spiele. Die Spiele sind die gewickten. Du siehst das doch gerade. Das waren nur die letzten vier Matches die gewickten. Jetzt nur die 3. Jetzt nur die 3. Das ist ja einfach so gut gewesen, jetzt nur die 3 zu werfen. Ja, schon wirklich. Das ist die Rache für die letzten Runden. Limbo. Limbo, Limbo. Nix hier kam mal drin. Zum Glück muss ich nicht, Limbo. Ich weiß, dass ich mir den Rücken bei so was brechen würde. Juhu. So, einmal mit der dicken Nase dagegen, bitte. Danke. Wie weit kommst du runter? Ich glaub, du musst dich auch bewegen nach rechts. Du musst dich bewegen, ja. Ja, mit der Nase. Deswegen ließ man sich vorher die Schallbogen hatten. Dieser Sound von Luigi gerade. Ich hab das nicht gehört. Ich hab's doch halt gelesen. Das war mir zu eng mit dem Umkippen. Deshalb hab ich gedacht, ich lass mich ein Stück aufrichten und mach dann wieder runter. Komm, gönnen die guten Kisten. Ey, ich sag euch, ich krieg noch die Bohnensterne. Einmal die Kisten prügeln. Einmal die Kisten prügeln. Äh, wie war Kisten prügeln nochmal? B. So. Du musst einmal ganz kurz den Ladekabel für den Controller holen. Der ist fast leer. Wir hätten Yoshi hat wieder die meisten. Ja, komm, wenn das nicht gehört ist. Wie? Wie? Ich hab's mal einen von diesen Münzsäcken gesehen, mit denen der Herr so viele Münzen hätten aufsammeln können. Ja, ich auch nicht. Also wenn das jetzt nicht gelegt ist, dann weiß ich auch nicht, ey. Nimm Steiningern wieder Münzen weg. Mach ich auch, wenn ich kann. Das ist halt so hart gelegt, das Game. Wovon redet ihr? Du hast eben wieder mal die meisten Münzen bekommen. Ja, weil ich im Gegensatz zu euch die Münzen, die hinter uns die ganze Zeit rumgeschwürt sind, eingesammelt habe. Ich hab nicht mal einen von diesen Kack-Münzsäcken gesehen, die du eingesammelt hast. Die kommen aus den Kisten, die nach, äh, äh, die wegspringen. Ey, sag mal. Wir mobben ihn. Die VTuber spielen Mario Party und einer wird gemobbt. Verdient. Wenigstens kann ich nur hochwürfeln. Nee, ich will nach unten. Oh, nee. Einer von euch muss wieder tauschen, schnell. Er darf nicht einen Stern bekommen. Ne? Nee. Das wäre ja schlicht der Verlierer. Wenn du das machst. Ich hab's nur angedeutet, ich hab's nicht durchgeführt. Dann willst du das Spiel. Auf jeder Seite ist der Stern jetzt gerade. Der ist links. Rechts. Rechts hinter dem teuren Block. Wir brauchen wieder einen blauen Block. Ich hab tatsächlich gedacht, der wäre jetzt links. Deswegen war ich schon kurz. Davor. Also. Heute können wir nicht sagen, das Spiel wäre gerecht. Ich krieg doch alles ab. Du musst nur gucken, wo nicht die spießartigen Dinger sind. Du musst die flachen, äh, stampfen. Schein. Schein, das Game ist definitiv geweckt. Nein. Doch. Du hast in allen Minigames, wo man mehr Münzen kriegen konnte als 10, immer die meisten bekommen. Ups, daneben. Kannst du das nochmal wiederholen? Kannst du das bei dem ganz oben rechts mal eben kurz einmal zeigen, wie das geht? Nein, der ganz oben rechts nicht. Da geht's. Was ist mit dem unter dir? Nein. Das ist ein geschenktes Minispiel. Ja, ist es auch. Schade, ich hab gehofft, dass er blind ist. Da muss man aber wirklich sehr blind sein. Ja. Ich hab mir auch vorher gemerkt, wo die Dinger sind. Muss da eigentlich nicht. Das war eigentlich nicht das Minispiel gewesen. Ich weiß, das muss man eigentlich nicht, aber... Man sieht es so hardcore, wo die sind. Ja, muss man eigentlich nicht, aber ich hab's trotzdem gemacht. Einfach machen, was sicher zu gehen. Sollte jetzt einer irgendwie zu sein verdeckt sein. Komm schon, Luigi. Du würf jetzt nächste Runde eine 3. Ach, wie soll ich hier drehen? Nee, das ist mit dem, äh... Doch, drehen! Ich darf euch, ich darf jetzt euch fertig machen. Okay, mein... Ich vernichte wieder meinen Controller. Nicht nur du. Ich wünsch, ich könnte meinen Gamepad nutzen und ich den Switch-Controller, weil da kann man nicht so gut drehen. Ich schwebe schon! Oh Mann, Alter! Warum machst du da nur noch Pause, willst du? Du hast uns reindrücken! Oh, meine... Mann, das... Das kann doch der Controller nicht gut tun, ey! Hör auf uns auszulachen! Ich schürfe bei meinem Control mit meinem Joystick mir gerade fett die Haut ab von meiner... Ja, Herr... Ich sehe den Ritzen hängt hier wirklich einfach Haut von mir. Oh Gott. Oh Gott, das will! Äh... Sind sie so trocken? Weiß ich nicht. Was? War das? Ten Turn! Er denkt, ich darf auch noch Münzen. Beschwer dich nicht! Du hast kein Recht dazu! Ich hab sehr wohl Recht dazu! Nein! Ich hab als einziger keinen Stern! Nein! Ich hätte eine 6 brauchen! Und womit? Mit Recht! Nein! Ohohohoho! Gleiche 1! Hab ich gehört! Ja, 1! Hast du Recht! Ja, nehm ich mit! Mein Gott, siehst du? Bitte sag... Ach, schade, der Block kriegst nicht nochmal... Ja! Ne 3! Es hängt alles von dir ab! Ne 3! Ne 3! Die Chance ist 1 zu 10! Wieso sollte ich ihm jetzt ne 3 geben, der... Ach, okay... Ich hab nicht drauf! Oh! Nein! Rechts ist keiner! Rechts ist wirklich auf drei Federn keiner! Den... Den kann ich jetzt nur noch mit ner 1 alles! Außerdem vergiss ich, dass wenn du rüber wird 20 Münzen abdrücken darf! Ich hab den Preis extra in die Höhe getrieben! Aber ganz ehrlich! 20 Münzen wären es durchaus wert, um dich davon abzuhalten, einen Stern zu kriegen! Ja! Durchaus! Durchaus! Hehehe! Hehehe! Liebe Zuschauer, merkt ihr einfach wie gemein die sind? Was ist das? Äh, wir drehen uns nen Kreis während Musik läuft und sobald sie weg ist, dann können wir uns in der Mitte die Kiste holen! Start! Ich hör die Musik nicht, das ist das Problem! Du kannst auch einfach die Richtung gedrückt halten, du kriegst keine Strafe dafür! Du kannst einfach nur, bevor die Musik endet, dich nicht bewegen! Habe ich sie jetzt gekriegt? Meld ich! Aber ich hab sie berührt vor dir! Ja, dann bist du von dem Pilz runtergesprungen und ich hab sie gekriegt! Come on! Hauptsache, Yoshi kriegt nix! Genau! Hauptsache, Yoshi kriegt nix! Mit den Slow-Würfel! Minus-Würfel verdient! Neins! 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 Das geht! Neins! 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 Ja, wir haben noch eins! Neins! Neins! Jetzt gönnt mir doch diesen einen Stern! Neins! Neins! Kaya! Kaya! Alles hängt von euch ab! Ich weiß! Alles hängt von euch ab! Wenn, äh, von der Kaya! Kaya hat doch keinen Reichweite! Ihr müsst mir wünschen, dass ich n Slow-Würfel kriege! Weil dann ist die Chance 1 zu 3, anstatt 1 zu 10, dass ich n 1 würfel! Ja! Akaya, die letzte Chance! Du bist die letzte Chance der Menschheit! Ich bin jetzt von dem Entscheiden! Ich bin jetzt von dem Entscheiden! Ich bin jetzt von dem Entscheiden! Jetzt gibt's denn auch mal was in meinem Leben! Ey, ich dreht euch alle runter! Du machst dich damit nur selber unglücklich! Ich weiß! Akaya, alles hängt von dir ab! Wir schenken dir unsere Energie! Die Kraft der Freundschaft! Scheißdreck! Ich bin auf keinen Kopf gebongt! Verdammt! Auch wenn ich hier nicht schicken! Bonk ihn weg! Kann mich nicht bewegen! Du Sack! Hehehehe! Der Schiffgewegt! Nein, ich habe ihn vorher eingestampft! Er kriegt definitiv wieder den Minispielstern! Hallo! Ich habe ihn vorher eingestampft, bevor er rüber rennen konnte! Das war taktisch! Zwei! Nee! Du bist direkt zur Hoffnung der Menschen! Eins! 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 Ich habe ihn! Ich habe ihn! Aber er ändert seine Position doch nicht, oder? Nee, leider nicht! Doch! Der ändert sich! Der hat noch ein Feld und auf ein Feld ist ein Fragezeichen! Oh, what? Das habe ich nicht gesehen! Oh mein Gott! Ich schreibe doch nicht ohne Grund! Ich passe nicht! Jau, das war einfach so lucky gerade! Ich kriege einen Stern und ich vereitel seinen Stern! Akaiakus geht raus! Ich hasse euch alle so sehr! Ich hasse euch alle! Aber hey, sie ist von der Seite! Du kriegst den Münzstern! Los Würfel! Würfel Shining! Ich hasse euch alles! Weißt du was jetzt gefeiert? Hätte man denn da eins gewusst ist jetzt so! Ja, das wäre so lustig gewesen! Ja, das wäre so lustig gewesen! Das wäre doch besser gewesen! Das wäre, das wäre Mobbing-Ombaß! Es ist schon längst Mobbing! Ja, das ist auch nicht anders, Fanny! Die, 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 die haben wir als Team die Lobby geriggt! Ja, definitiv! Aber naja, wir müssen ja auch Rache ausüben für die letzten... Was für Rache, ich hab euch nie was getan! Nee, du hast mich nur in der allerletzten Runde letzte Woche oder so komplett fertig gemacht. Oder vorletzte Woche. Letzte Aufnahme, meinst du? Ja, da hast du mich einfach nur komplett fertig gemacht bei Mario Party 2. Perfekt! Ich war vorne und war einfach komplett in mich reingetreten, bis ich nicht mehr die Chance hatte, aufzustehen. Rakaia blutend am Boden lag. Ich hoffe, ich krieg jetzt die Teile. Äh, Grabhack? Non grabbing steel, one grab check free. Könnt ihr jetzt mal aufhören? Mich so fokussen, bitte? Danke! Nein, denke nicht! Ich seh es doch, dass ihr alle mir hinterher rennt! Was ist... wie quert man hier eigentlich? Achso... Nee... Wie quert man hier? Nein! Lass mich los! Ja, ja, ja! Nein, ich will meine Wünsche wieder haben! Nein, noch! Schade, ich kann mich in die Reihe einschließen! Nein! Nein! Wir haben gerade alle voneinander geklaut. Ich hab eh keine Münzen, Jochi! Nein! Ich brauch doch nur ein paar! Ich will doch nur die Mühe bezahlen können! Nein! Ich muss mich verhindern! Nein! Was ist los? Wir müssen einfach verhindern, dass er die Mühe bezahlen kann! Nein! Hahahaha! Das war... Witzig! Oh, Rottner! Plus drei Minus! Was? So weh? Weil wir alle untereinander hin und her geklaut haben! Legitim! Wir haben Infusion auch keinerlei Minus gemacht! Ich krieg Buhu! Ich kann... Ich kann ihm noch mehr Münzen klauen! Hahahaha! 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 Aber es ist immer ein Stoffer geworden! Egal, Münzen sind Münzen! Hahahaha! Hahahaha! Wie viele war das? Äh... Mehr als 10? Hahahaha! 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 Ich muss ja verhindern, dass er mir den Stern klaut! Hahahaha! Hahahaha! Tut er nicht! Er holt die nicht zurück! Hört nicht mehr Ansatz, weil sie so viele! Oh! Was? Er holt noch mehr zurück, als ich ihm geklaut hab! Nö, ich hab ein wenig was, ja! Er wird mein Münzen... Er wird mein Münzen, nur dreckiger Sack! Nein! So verdient! Nein! Ich hab nichts getan, oder keiner war das! Das habt ihr alle verdient eigentlich sogar! 100 Star Present! 100 Star Present! 100 Star Present! 100 Star Present! Das glaubst doch selber nicht! Das glaubst doch selber nicht! Kein Zimmer, oder? Solange nicht das Münzen-Aufteil-Gedöns kommt, das ist mir auch echt! Scheiße! Der hätt ich sogar was von gehabt! So, gib mir jetzt einfach nur einen Hohenwurf! Der hat erreicht! Wenn ich mich nicht verzählt hab, kommt der steht irgendwann hinter euch wieder raus! Könnt ihr mal aufhören, mich reinzutreten? Nein! Nein! Ja, und der kommt sogar hinter euch wieder raus! Boah! Ich mag Joshi's Island nicht! Dabei ist es dein Zuhause! Ja, deswegen ja! Wir haben den Halbforte umgedreht! Das ist gut! Ich werd so hart in den da rein treten! Ey! Warum werden alle gegen mich? Weil du, der einzige müsste auf nem roten Feld stehen! Du kannst uns mit dem Hammer durch die Gegend brechen! Oh no! Wir können den Hammer aus der Hand schlagen! Das schlaueste ist, ihm den Hammer aus der Hand zu prügeln! Ich hab keinen Plan von den Controls grad! A und B! Mit A hüpfst du, mit B haust du ihm den Hammer weg! Wenn er mich gerade quer über die Map bejagt damit! Der Seitverzip ist besser! Warte mal! Lass mich doch wenigstens nicht so platt sein! Nein! Luigi hat ihn! Nein, hab ich nicht! Yo! Ich beobachte euch einfach, wie ihr euch um diesen Hammer prügelt und sammelt währenddessen Münzen! Nein! Die eine Münze ist eine gegönnt! Ja! Geil! Kannst du haben! Wenigstens Noah ist noch nett zu mir! Er hat trotzdem... Er hat trotzdem Münzen bekommen! Haltet die Klappe! Ich bin schon in den Dreck! Jetzt geht mal aufeinander! Machen wir sie mit uns! Aber wieso? Oh ja! Ohohohohohohohoho... Uhhh! Das ist ja auch nur noch Mobbing! Einfach nicht Mobbing! Er hat doch nur noch Bautant tot, hin und her... Ehe! Shining spricht schon nicht mehr! Ich glaube, er geht sich schon mal Gift zusammenmischen, um uns alle zu vergiften. Ich trinke nie wieder etwas, was er mir vorsetzt. Hätte ich den Preis da nur schön hochgetrieben. Oh ja, bitte, Yoshi, gib mir dein Geld. Hallo, Yoshi? Ich guck grad was. Ach schade, ich wollte einen Sterns-Ausch haben. Okay, was kriegt Luigi? Das ist doch nicht mehr normal, jetzt ausnahmsweise mal. War irgendwas? Jetzt switchen wir den Tote einfach auf die andere Seite. Ich hab nix mehr, ihr könnt ihn doch stehen lassen. Komm, switch ihn rüber, damit er auch nicht rüberkommen kann, weil er die ja so hochgekauft hat. Das war der Plan hinter der Sache. Ich lache euch aus, wenn ich alle Bonus-Sterne kriege. Ich will die Kisten wahrscheinlich haben. Das ist, glaub ich, neu. Unsere Angeln sind toll. Ach, man muss die genau treffen, oder wie? Scheinbar. Ja, du musst die genau treffen. Das reicht nicht mehr. Das reicht nicht mehr, wenn du durch sie durch und gleitest. Ach, das ist doch Mist. Ja, ich hab ne Kiste. Die wollte ich haben. Äh, ich versuch grad den Abstand irgendwie zu berechnen. Nö, ich auch. Ich, ich komm gar nicht in die Mitte. Und ich hab eine Münze. Toll. Ja, ich hab gar nichts. Fühlst du? Ich kann auch nur nach ganz hinten. Halt die Klappe auf den billigen Platz. Ich kann nur nach ganz hinten werfen irgendwie. Bin ich? Keine Ahnung. Ich hab eine Münze gar nicht. Ich hab eine Kiste. Gespannt, was in der Kiste ist. Will sie. Okay. Schön. Hat ja die Klappe, ey. What are the standings now? On the first place is Luigi. Ja, ja. Du drückst mir noch mehr rein. Du drückst mir jetzt Luigi to win. Ja, alles ist doppelt so teuer. Und der Kuba gibt 20 Münzen. Er ist gar nichts heute. Absolut nicht. Definitiv nicht. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Gut. Nächste Runde. Haben wir halt schon mal aus dem Gefecht gesetzt. Green aus Münzen. Au, aua. Das hat weh. Das hat weh. Aua. Krieg ich, krieg ich Münze oder so'n Bums? Bitte? Nein. Ich hol dir von Yoshi. Ich hoffe gerade. Oder den Stern von einem von euch. 20 Münzen. Komm. Yoshi. Nein. Sorry, guys. Bitte nicht zu Yoshi. Ach, komm. Es passiert noch was Gutes. Ich hab mich gerade extra weggemacht, weil ich kurz nen Moment meine Ruhe brauchte. I mean, keine was genug Münzen, aber trotzdem ist das Schredscheiße. Hey. Das sind meine Münzen, die hol ich mir wieder, das ist mir klar, ne? Mach das, ja. Und wenn ich die bei dir klaue. Ey, 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 ey. Ich dachte, wir sind in einem Team. Nix-Team. Wir arbeiten alle für dasselbe Ziel. Shiny verlieren zu sehen. YAYO. Shiny ist schon komplett weg. Das hatten wir schon. Oh, ich erinnere mich. Ich hab das Spiel beim letzten Mal nicht verstanden, weil ich nicht gemerkt hab, dass man auch noch lautet. Oh. Äh. Akai? Ich hab das nicht verstanden. Gut so. Akai beschwert jetzt nicht. Gut so. Oh, die Lecks. Fall einfach. Fall einfach im Leck. Genau. Nee, ich hab einmal was Schönes in meinem Leben. Ihr dürft Münzen abgeben. Ich krieg auf jeden Fall den Minispiel-Stern. Ja, weil du den Minispiel-Lewickst. Ja, wir geben keine Münzen ab. Hey, 69. 50. Wie alt bist du, Kai. Das war ja der Joke-Kerrat jetzt. Ich... Äh, ich hab's versucht mir zu verkneifen, den Sprach herzulassen, Kai. Oh, komm schon! Hahaha. Ich hoffe, dass ich, äh, mindestens zwei Bodo-Sterne kriege, dann ist Donkey Kong Save letzter. Alles wird wieder gut, Shining. Das sind böse Menschen, die Würste schon noch in ihre Schranken weisen. Ich möchte noch ein bisschen Preis drücken. Danke, Noah, dass wenigstens du versuchst. Nein! trösten wenigstens die kleinen der kleine enge ist nicht zu mir ist einer die anderen sind alle nur gemein und alle von bowser bezahlt damit sie mich rein treten ich weiß ihr könnt für den würfel tatsächlich auch nix ihr könnt ihr würfel nicht beeinflussen der ist wirklich gescriptet das habe ich euch doch schon mal gesagt dass ihr zehn jahre warten könnte da würde trotzdem immer derselbe wof auskommen der würfel ist das kette für die könnt ihr nix ich würde sagen ich bin perfekt wieder da kai muss versuchen uns weg zu kegeln das teil steuert er können wir uns auch irgendwie bewegen ja man kann so ein bisschen zur seite hüpfen aber ganz ehrlich es bringt kaum was müssen einfach alle treten einer nach links einer nach rechts einer in die mitte dann kann er nur ein von uns oder zwei von uns treffen und er hängt mit gar nix das geht auch die steuerung ist ja mal komplett bescheuert so das ding ich gehe nach voll links und er zieht trotzdem durch nach rechts das nennt sich kamer du hast du hast das fanny weggenommen und kriegst jetzt ins bauter das ist mega aber das ist wirklich ich glaube ich wollte dabei eigentlich joshi den ort klauen dann hätte ich mich noch mal pilz bekommen kann ich nachvollziehen aber das potenziell auch polis und werden können aber das ist gut für mich gerade ein feld weiter da sind zwei mini spiele drunter die drei spiele im mini spiel wir haben verloren bei dem obersten wusste ich jetzt was war kann nicht einfach eure hand das sind oberste war alle hauen auf bau sein und hauen die münzen aus dem leib wir haben jetzt auf jeden fall ziemlich fäschchen cash wäre das schlimmste was hätte passieren können leute ihr wollt ihnen keine münzen schenken ich weiß ich gewinne keine aber ihr verliert 30 wenn ich gewinne ja ich muss keine münzen schenken wir den stern nicht mehr leisten ja ich bin froh du hast wenigstens ein stern noch mal auf hinein treten er kann jetzt verstehen wer von uns wünschen bekommt okay der muss nur auf die röhrern achten ist wirklich versucht ihr einfach eine höhere aus und einer bekommt geld so schnell könnte ich gar nicht gucken ja das ist sehr schnell wir sehen was das wird schon passieren wie er joshi bekommt ich war irgendwo rechts müsste ich sein oder ja danke von mir aus solange es nicht joshi war hättest du nicht kannst du dir wenigstens noch einen zweiten stern kaufen genau ich weiß gerade nicht mal in welcher Höhe der hätte fallen müssen damit er bei mir gelandet wäre also der hätte am ende auf jeden Fall auf der rechten seite sein müssen du warst auf der linken seite ja aber dann hätten die beiden nach in den zwei nach rechts geschoben so oder so hätte luigi eigentlich gar nichts bekommen gib deinem wissen ab doch ich will nicht doch du brauchst den jetzt aber du brauchst den schirmreif du bist zu fett außer ist zu fett es wirkte auch noch so als hätte war hier irgendwas falsches gegessen ja ist egal ich hätte mir eh zu kleinen sterben mehr außer ich krieg jetzt wirklich würfelglück ich hab einfach noch mal den stern wieder vereitelt für irgendwen für mich und Kai, einen von uns beiden für dich, äh, Kai hätte ihn sich so oder so nicht leisten können ich, für dich drin auch ich hab dich genommen, ihn zu mir zu kaufen so jetzt bitte eine 3, dankeschön ich gewinne am Münzen vielleicht das kommt ja nicht auf die Münzen an, die du gerade besitzt, sondern die du insgesamt bekommen hast ja, man kriegt einen für die, die man gerade hat, die man insgesamt bekommen hat wenn die Münzsterne kommen, plus den Minispielstern, dann könnte ich tatsächlich noch gewinnen außer irgendwie ich oder Kai kriegen nochmal einen Stern er kriegt nochmal ein Minigame ey, für die Zuschauer ist das hier die reinste Lachnummer, was die mit mir abzieht das macht die bitte aber nur einmal weil sonst, äh, weil sonst hab ich keinen Bock mehr ja, nein, vielleicht ja, nein, weiß nicht, vielleicht, keine Ahnung äh, wir können schütteln weil immer verbünden, find ich langweilig wir müssen halt deine Siegessträhne auch mal endgültig und offensichtlich durchbrechen ich muss ihn echt nachhaltig mal unterbinden, einmal reicht nicht du brauchst nur hüpfen yes das ist doch aber nicht das Beste nee, das ist nur eine einzige Münze ab, ja, scheiße du ja, das wär noch die Kiste oder die, äh, Mütze geben müssen ah, die Kiste war's, okay nee, die Mütze ist sogar noch besser die Mütze ist das Beste ich hab's mal ausgetestet die Mütze bringt mit Abstand am meisten da kriegst du mal nicht 30 Münzen wow, hat's voll das jetzt ist das jetzt nicht auch gleich die letzte Runde jetzt, wenn ich sag nicht noch ich krieg so oder so keinen Stern mehr wer weiß, wenn du jetzt noch eine 10 reinballerst, vielleicht ah, okay oh, ja, das, wo ich bisher immer 100% Präzision hatte ich glaub' ein kleines bisschen noch nein, das Auge darf nicht mehr sichtbar sein also ich hab' hier wahrscheinlich wieder 100% Präzip würd' mich, würd' mich irgendwie zumindest nicht wundern ich glaub' ich hab' die Schnauze zu hochgezogen ah, verdammt ein, ein Prozent zu wenig ich hab' die Schnauze zu hochgezogen das war mein Fehler aber trotzdem bin ich immer noch der Präziseste was das angeht ja, ich war auf 94 ich verarschknapperne dran äh, bei mir war das Problem, dass ich die Schnauze zu weit hochgezogen habe ich hab' die eine so oder so kriegt Joschi jetzt nicht mehr es war vorher schon, äh, dass ich keinen bekomme ich, selbst wenn ich eine 10 kriege, komme ich nicht da dran der ist mehr als 10 Federnpferd, ich komme da nicht hin wir kennen alle dein Glück, der ist irgendeinen Trick ausgepackt, um dorthin zu kommen Wollten ihr die Feder zählen? Das sind mehr als 10 Feder! du hättest jetzt oben einfach nur auf den Stern, auf den Pilz bekommen du kriegst den zweiten Wurf und machst damit noch mal ne große Runde oder du kommst aus der Ausflugstechnung und klaus uns und klaus dann Nakaia die Sterne oder so ja das wäre auch möglich gewesen ja, ja, klau meine Münzen ist auch mal gut das gibt dir keine Mitleidspunkte bei mir, ne? nur weil du mich einmal verschonst ich kann mir einfach Kaya machen, weil der Kaya damit nicht mehr rechnet das war mir schon irgendwie klar ok, legitim schieb mir mal noch ein paar Münzen zu, bitte schieb mir mal den Stern von Kai zu komm, komm, noch mal 10 Münzen abgeben, komm, komm ey, ich wollte Münzen haben, ich hab doch mal 5 Münzen warum gehen die 10 Münzen immer an? ok, ok, er hat nur um Erdner von Münzen gegeben ok, er hat nur um Erdner von Münzen gegeben ok, er hat nur um Erdner von Münzen gegeben ok, ich hab 11, stimmt, ich hab eben 6 gekomm stimmt ich krieg so oder so schon den Münzstern wir hätten, äh, äh, dass einer von euch einen Stern abrücken muss viel mehr gebracht kann ich nicht, ist mir egal da wird nochmal reingetreten wirklich die 90 Münzen machen jetzt auch keinen Unterschied mehr allerhöchstens, wieviel ich jetzt insgesamt bekommen hab Münzsterne krieg ich auf jeden Fall ok 19 Münzen kann es sein, dass das prozentual ist ne, warte, ich hatte einfach 50 und du hast noch 2 bekommen letztes Minispiel ja, noch mal Slotcar Derby ja ich mag das Minispiel irgendwie nicht so gut ja, ich das ist nochmal was Gutes zum Abschließen das ist immer ein lustiges Minispiel wenn du in der Strecke anpackst jo, 2 Minuten, komm, geh ja, das ist ne neue Strecke ich weiß huiii keinem, äh, keinem Hintergrundmusik bitte ich will nix, wenn sie hier müssen copyright gewinnen wir gewinnen wir auch diese Rig-Wall-Musik bitte nicht abspielen die ist so hart copyright geschützt mit 2 Minuten Rekord auf ein 23 Sekunden Rekord getoppt klar halt die Strecke hey, dafür hab ich nen Rekord so, bitte Bonus Sterne die Bonus Sterne sind das einzige was mich retten kann der Game Star ja der Total Münzen der geht auch an ich gewinn jetzt mit Bonus Sterne ich gewinn jetzt mit Bonus Sterne ich gewinn jetzt mit Bonus Sterne den letzten, den will ich haben ah ja los happening Star das ist nicht Yoshi das bin ich ja ja hauptsache nicht letzter und gestern hat Shining auch noch Ansage machen wollen, dass er mich fertig macht wahrscheinlich verliert hey, ich hab nicht für die letzten beiden Male, wo Yoshi mich fertig gemacht hat gerecht ich hab dir nie was getan oder es geht Vario mit dem Yoshi anwandeln ja jetzt geh ich aufs Yoshi oder Yoshi geht auf Yoshi lass meine Geschwister in Ruhe geh weg Yoshi, du hast ja nichts zu suchen genau die das ist mir egal das hat diese zu fäch gepfressen das ist vollkommen okay du hast du schon machst du wahrscheinlich nicht gewinnt ist alles gut da war ich nicht letzter binnen ist alles gut ich bin immer noch zweiter geworden und das nur durch die Bonus Sterne Ja, aber dass du Münz- und Minispiel-Bonus-Sterne bekommst, war klar Wie viele Fragezeichenblöcke? Alter, du hattest so viele Okay, ich weiß, ich weiß, wen ich auf jeden Fall hasse Na gut, Leute, das war's mit diesem Mario Party Part Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen Mich wurde reingetreten, aber ich hab über die Bonus-Sterne trotzdem noch den zweiten geholt Und damit zeig ich euch dem mittelsten aller Finger Euch beiden, Akaya, hast gewonnen, ich gönne den Victory Bitte keinen Fokus mehr, danke Und wir sehen uns dann ab jetzt beim nächsten Mal wieder Tschüss